Hör mal die absoluten Nix-Könner hier, kommen jeden Tag zu spät. Oh, Stefan hat einen Premium-Parkplatz gekriegt, hallo sag morgen. Die Stadt Kassel hat mir freigehalten, guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Tag von der Condition 2017. Wir sind hier in unserem VIP-Gewirrbereich, der ist hier abgesperrt. Mit einem Seil, wie man unschwer erkennen kann. Ich warte jetzt noch auf Stefan, weil der wollte um neun kommen, Camp ausbauen. Wir sind zwar jetzt schon ein bisschen früher. Und dann würde ich mal sagen, geht's los. Hey, alle warten mal hier auf den Stefan, den Nubbel, nur weil da einer kommt. Steht hier vorne irgendwo an der Hand durch. Hey, hallo, hallo. Hier, Sie wissen schon, hier ist Parkverbot, ja? Ja, hallo. Also, hier ist es nicht ausgelassen. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Hier, hier, schaut mal, schaut mal, es wird eröffnet. Ne, es wird nicht eröffnet. Es wird versucht zu öffnen. Ich muss abschneiden. Wo ist mein Messer jetzt? Zehn Stunden später. Das blendet Tobi bestimmt im Video ein. Irgendwann später. So, eröffnet. Es ist offen. Wir haben hier so einen Schwenk übers Publikum, solange ich ihn noch aufbauen. Also, wir haben morgens halb zehn gefühlt. Und wie ihr seht, es ist gar nicht so wenig los. Alles gut. Musik So, was soll ich denn sagen? Hallo? Bitteschön? Ja, hier auf den Nippel hier, ja, Allpub. Oh, da, hier. Da nennt man eigentlich hier außen unseren Sponsor. Achso, hier, ja, Sponsor. Den Sponsort bei Nippel. Nee, bei Nippel, nicht bei Nippel. Was ist los, Tobi? Wir haben gerade aufgebaut. Ja. Bist du glücklich? Sieben mal, ja. Stefan ist schon ganz zu stark. Ist gescheitstress. Na, guck mal, da läuft extra easy-deasy für dich, hab ich extra gemacht. So long way to the top, genau. Ich denk doch an dich. Ach was. Ja, ist die Summe, Alter. Ja, bist du schön, warte. Spitz vorne. Ich bin auch schön, ja. Ganz spitz heute. So, ja gut. Sonst, was war noch? Wir haben, oh Gott, Stange hier im Weg. Stange im Weg. Hier aufgebaut. Hier aufgebaut. Da sitzen schon die ersten Leute, die reparieren müssen. Ja, genau. So, und gleich nochmal aufstehen. Ja, wir sind fertig. Super. Hast du heute noch was? Äh, nein. Okay, dann braucht man nicht dran zu denken, dann sieht das eher so, dass alles vorbei ist. Und das ist die Fall. Ja, genau. Nee, ich hab kein Laptop mehr zum bearbeiten. Ich geh jetzt mal rum. Ah, was ich gefunden hab. Eben haben wir sie gefunden. Ja, Kabelbinder, ja, genau. Ich geh jetzt nochmal rund, will ja heute mein CMV machen, versuchen, ob das klappt. Das ist ne gute Idee, Tobi. Ja, ich muss gucken, ob das klappt. Und, ähm, will jetzt grad noch zwei Leute schuten. Schau mal was rauskommt. Dann viel Spaß beim Schuten. Genau. Und irgendwann sauber bleiben, ne? Oh ja.